All die langen Jahre, ohne Ziel und Sinn, ohne je zu wissen, wo gehör ich wirklich hin? Ich hab ihn lang gesucht in mir, den Grund, warum ich existier. Und nun liegt er offen mir. Eine ärzte Schule, ein gelehrter Mensch, eine Welt des Wissens, wo ich die Heilkund lernen kann, das ist der mir bestimmte Ort. Und deshalb muss ich von hier fort, denn alles, was ich suchte, wartet doch. Das ist mein Weg, ich will keinen anderen gehen, das ist mein Weg. Um mich selber zu verstehen, muss ich hingehen, der dein helles Licht an mich berührt. Mir gezeigt, worin man wirklich fühlt, das ist mein Weg. Meere und Gebirge halten mich nicht auf, lass die Erde beben, alles nehme ich in Kauf. Das Ziel ist groß und schicksalhaft, denn auf der langen Wanderschaft verfolge ich mein Ziel mit aller Kraft. Das ist mein Weg, ich will keinen anderen gehen, das ist mein Weg. Um mich selber zu verstehen, muss ich hingehen, denn ein helles Licht hat mich berührt. Mir gezeigt, wohin mein Weg mich führt, das ist mein Weg. Ich hält nichts mehr in diesem Land, wo ich keine Hoffnung fand, wo es dunkel ist und kalt. Heimat hab ich nie gekannt, doch vielleicht find ich sie bald. Bade, ich verdanke euch mein Leben und alles, was ich bin. Aber wenn ich jemals etwas wie Glück oder Zufriedenheit finden will, dann weiß ich jetzt, wo ich danach suchen muss. In Isfahan, an der Madrasa, bei Ibn Sina, dem Arzt aller Ärzte. Das ist mein Weg, ich will keinen anderen gehen, das ist mein Weg. Um mich selber zu verstehen, muss ich ihm gehen. Nein, nein, ein helles Licht hat mich berührt und mir gezeigt, wohin mein Weg mich führt. Das ist mein Weg, das ist mein Weg. Das ist mein Weg, das ist mein Weg.